Ich war heute glücklich, das waren weder 2 Stunden 26 Minuten und für mich als Nicht-Profi bin ich super glücklich. Die selbe Zeit wie in Berlin auf so eine schwierige Strecke, die muss man erst mal schaffen. Schnellster Hamburger zum vierten Mal, also Hamburger Meister zum vierten Mal, drittem Mal in Folge und bin super glücklich. Hamburg ist keine flache Strecke, es ist auch relativ flach, aber nicht wie in Berlin und ich bin super glücklich. Alle 100 Meter höre ich meinen Namen, Murat, 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 als wäre Hamburg echt. Also ich bin glücklich, danke, ich bin super. Schönen Gruß an alle Algerierinnen, alle auch algerische und deutsche, Liebhaber und Lisa und Lisainnen. Vielen Dank für eure Unterstützung, falls ihr an der Strecke wart.